So, dann sind wir also heute wieder und heute spielen wir die nächste Quest, und zwar diesmal die Grube. Okay, sicher wäre das nächste Artefakt mit etwas Hilfe von Lifeline. Also gehe ich mal stark davon aus, dass Lifeline nicht mit dabei sein wird. Hm. Kann ich Watson spielen? I can, auch nur Lifeline nicht da. Kostik, ich hatte. Hatte ich Revenant? Ne, ne,hmm, damage hat es ja vorher schon. Ne Controller ist mein Name. Okay, eine Flatline mit blauen Aufsätzen, ne Eva mit einer normalen Aufsatz. Weiß, weiß und drei verschiedene einzelne Sachen. Chilig würde ich sagen. Was geht's, yey. Oh, hallo, wow, was ist das für ein Jump gewesen? Auch stimmt, die Waffe ist ja schön aktiv. ich würde sagen gehen wir doch zuerst hier runter weil hier sicherlich niemanden gehen wir zuerst wie es löscht ist ja die übelste verarsche okay dann hat er hoch das tolle ist mit whatsapp meine schöne fences damit kann man sich ja schön barrikadieren hat zwar bei ihr selbst nicht gut klappt aber ich glaube der ist dann doch besser die erste box damit damit und munition kommt her jungs ich habe ihn richtig gehört ok ja die bohren nicht der platz im winter da vorne ist was weiß jeder was die dann ist das phoenix das ist ja ja das hat es noch einer könnte bleiben ja wo ist eine kamera oh der hat jetzt nicht ganz funktioniert oh dann greift die dinge an damit kann man die ja richtig beenden ach jungs bleiben wir jetzt da auf einem ja nicht jetzt schnell ja sieht's aus wow er lebt noch ich hab den echt tot gesehen doch mal da nein so nicht töten nicht töten hopp hopp nein so ein blick da nein nein mein name steht generator warte warte kommst du mal näher da anhältst du nicht ernst mein körper geht mir irgendwas schönes spitfire was denn was denn haben wir dem gang wieder schön perfekt ich würde dich lieben gern den neuen skinner momentan von vipers so weit bin ich noch nicht im game oh miss du hunde ihr hunde ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht ihr ob ich es irgendwann nochmal schaffe das zeug zu überleben hier holen dies ich habe das zeige gefunden 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 aber jetzt sind sie noch die ok auf jeden fall einen bau zu plänen ach du heiliger hallo ich höre aber welcher die waffe geht richtig ab ross hat natürlich keine vier ich kann nur schneller zu kommen kein liga einfach nur durch rennen die eigene falle der bitte einfach mein jungs ich habe ja immer bei euch ok ich habe echt die leute unterschätzt und ich sagen ich habe sie echt unterschätzt ich habe echt gedacht ich kann an dem kreis leben aber ich habe mich komplett geholt und das neue teils aus dem mund auf jeden fall einen tag das man kann man ja kann man die goldenen diamant jetzt haben wir hier noch nicht im mund dran alles klar auch hier mit scharnier ich frage mich immer noch wenn es in der nämlich sie machen ja oftmals dieser simulokroms wird das vielleicht ein neuer spielbar charakter oder generieren charakter der irgendwie der story noch wichtig wird weil die dinge können ja eindeutig dann sag ich mal mehr oder weniger leben also es könnte ja theoretisch was werden aber naja wer weiß wenn es 21 stunden gibt es das nächste dann gucken wir mal wie die story weitergeht bis dahin